2 Waffen schiessen natürlich mehr als eine aber wenn man keine Munition hat, nützt es auch nichts und ich geh mal nochmals zurück, nur weil wenig Munition einzusammeln eigentlich wollte ich ja jetzt eine Aufnahmepause machen gar nicht mehr so lange spielen, aber ja dann ist es halt so, weil Spass macht es ja und so jetzt haben wir hier 152 so du bist weg wir töten hier das halbe Gefängnis so weiter geht hier habe ich nichts mehr ok Munition, Granaten ok die haben ja noch gar keine Granaten gewonnen aber ich sammle die erstmal die können wir durch ok gehen wir doch bald hier lang aha 3 Raketen auch noch gerade super ok hier ist nichts der Welt Ich weiss doch nicht ganz wo ich hinzusehe, damit wir den anderen schnell finden können. Natürlich den Gefeillag, aber das ist einfacher gesagt als gemacht. Wo steht denn dieser Hepperl hier oben? Da! Jetzt hoffe ich mal die spannende Musik hört auf. Die UV hat die Kopfpistole, ok. Jetzt sammeln wir noch ein wenig ein hier. Dass es zu sammeln gibt, hier Rüstung zum Beispiel. Die Musik. Bäm, super. Musik ist noch nicht vorbei. Ok. Weil wir jetzt natürlich Rudi Jäger verfolgen sollten. So, drüben. Wie war das nochmal? Bevor wir das machen geben wir natürlich hier noch Abstauben. Nehmen wir das da und das da. Wie viele haben wir ausgelassen? Die letzten zwei haben wir jetzt. Nur noch diese sind hier. Ah ja, das war die erste Ding. Aber hier kann man durchspringen, denke ich mal. Zack. Jetzt sind wir hier schön aufgefüllt. Super. Also. Ich würde sagen, wir aktivieren uns das da. Ah, das ist die Elektrizität. Jetzt schaue ich nochmal schnell hier rein. Den. Die Person wollen wir noch anschauen. Der Supersoldat. Haben wir hier. Aha. Der Patient, den wir gesehen haben. Und den Elite-Soldat. Ah ja, das war der, der um die Türe kam. Genau. Hier die Gebilde. Das Grauen hier. Geht ab. Gut. Weil ich jetzt denke, es beginnt. Ah. Ach natürlich, wir haben ja den Strom. Wir haben ja den Strom angestellt hier. So. Zack. Sind die rausgekommen. Dort ist es wahrscheinlich abgeschlossen. So wie man denkt. Ah ne. Da war es ja noch. Das war es ja noch lange nicht, wie ich gedacht habe. Oh, da habe ich den Kopf weggefekt. Jetzt sind sie ja noch... Oh scheiße, das war kein gutes Verstechen. Jetzt sind sie ja noch relativ harmlos. Aber die werden später noch richtig Damage machen hier. Wie viele bewachen denn hier noch den Rudi? Der wird jetzt natürlich vom Jäger zum Gejagten, der Rudi. Wenn ihr den versteht. Okay, da ist noch einer. Ein letzter Überbleibsel. Immer noch nicht. Hallo? Wir räumen hier das halbe Gefängnis aus. Das reicht immer noch nicht. Wir sammeln natürlich fleissig auf, was es zu sammeln gibt. Wir sind hier. Super. Sie kamen ja plötzlich von hier, wo wir jetzt hier gar nirgends hingehen. Oder etwa durch. Ne, hier ist ne Wand. Gut. Ich würde sagen, das wars aber hier. Und wir fahren jetzt los mit dem Boot. Oh scheisse, ja. Ah, man hätte auch mit Unterwasser etwa auch gehen können. Okay. 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 So, komm schon. Brauchen wir gar nicht. Das machen wir nicht. Okay. Gehen wir hier hin. Äh. Wir gehen ans MG würde ich sagen. Denn jetzt kommen sie hier. Für AG schissen. Und ihr Länge, dass ich es noch mache, hat mir gerade nochmals eine Folge gemacht. So Spass macht es mir jetzt. Obwohl ich schon längstens aufhören hätte sollen. Oh ja, das sind jetzt die Raketen-Typen, glaube ich. Können wir nicht anhalten? Denn hier wäre ich gerne rausgegangen irgendwie. Ja. Bäm. Schönes Feuerwerk, dass es hier gibt. Oh, hier auch. Ah, da schiesst ja gar keiner mehr auf mich. Mit den geilen Tonks. Das ist schon geil gemacht. Es ist fast ein wenig zu einfach gemacht, würde ich ehrlich sagen. Denn alles was ich treffen muss in ein paar Tagen, so pehrlich. Was liegt denn hier? Kann ich wirklich nicht anhalten? Ah, schade. Jetzt geht es wieder rein in den Stollen. Und wir mutmassen, dass nur die Jäger hier ausgestiegen ist. Wir haben nichts verbraucht. Und ich glaube, das ist das Ende des Kapitels. Ja, das ist es. Oder nicht? Ich hoffe, der kommt jetzt durch die Ecke geschissen. Nee. Ratte. Ah, und da geht es weiter. Chapter 2. Kapitel 2. Docks. Ja. Und dieses Kapitel 2. Das werde ich dann in der nächsten Folge. Aufnehmen. Oder, äh. Werde ich natürlich dann in der... Ah, da geht es schon rüber. Können wir jetzt stoppen? Äh, hallo? So. Wir müssen doch irgendwie raus können. Ja, gerade wie gesagt, wir spielen... Ich nehme uns das nächste Mal auf natürlich. Ja, jetzt. Hab ich wieder perfekt gemacht. Ja. Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Okay, gehen wir hier mal raus. Bis dann. Hat er. Wir könnten die Terrenschaft mitnehmen. Wir nehmen sie mit, wenn es noch geht. Nicht das war's dann. Oder... Wir sind wieder hier. Okay. Wir stehen hier. Ausrüsten. Hier können wir etwas umdrehen. Aber zuerst müssen wir uns gegen die... ...walt der Gegner kämpfen. So, wir nehmen sie mit. Okay. So. Ich würde aufpassen, freut mich. Ist jetzt Ruhe hier? Ich werde dir was sagen, oder? Oder wenn noch jemand... ...ne Nachricht von mir hören. Grosses Tor hier. Kommen wir gleich mal ab. Geht hier schneller. Ah ja, was gibt es hier zu holen? Wieder x-fache Gold bauen. Ah, sieht schon geil aus. Und eine neue Person. Wir haben ja nicht mal alle Personen gefunden letztes Mal. Mh... Mh... Den Mausklick habe ich noch nicht so ganz drauf. Ah... Und hier geht es weiter in das nächste Tor hinein. Aber es braucht glaube ich noch Strom. So wie es ausschaut. Ist nichts. Das ist natürlich wieder mal... Das ist nicht ganz so... ...bescheid gemacht. Wenn ich da ehrlich bin. Jetzt kann man hier lang laufen. Also... 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. Kennen wir gar nicht langschwimmen, ahhh. Jetzt schwimmen wir hier zurück. So gehen wir schneller. So, wieder festen Boden unter den Füssen. Habe ich jetzt Position aufgebaut. Press mouse 3 to throw a knife. Können wir das wiederholen? Ja. Wie viel haben wir dann? Genau eines. Okay. Denn man kann mehrere haben hier. Ja, aber ich würde sagen, das war's jetzt hier. Ich stelle mich jetzt... Wir haben jetzt noch ein wenig weiter gespielt, als ich wollte. Wir sind jetzt schon im Kapitel 2. Ich stelle mich hier hin zum Hebel, denn das wird natürlich das nächste sein. Und ich bedanke mich für's Zuschauen. Das war mehr als eine Stunde Aufnahme, ja. Es ist unges... also nicht mit... immer mit Intro. Aber ja, es muss ja nicht immer... ich begrüsse euch nicht mal... Lass es sein. Den nehmen wir noch mit. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder in der nächsten Aufnahme, besser gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt ein Like, ein Kommentar oder sonst was. Vielen Dank. Tschüss. Wir sehen uns zusammen.